Jo, so ist das, dann gehe ich wieder zu einem Spot, wo die Aras meistens sind, Frühstückbeste. Frühstückbeste. Das habe ich auch so immer so geil gefunden beim Frühstück im Krankenhaus. Sie haben einfach eine riesige, ein riesiges Anrichtungs-Dish für vier Wurstplatten. Also die vier Wurstplatten vom Frühstück kommen in einem eigenen fetten Tisch mit Deckel und allem. Ja, das ist halt... Verstehst? Wenn das Essen nicht gut ist, dann muss man es gut aufmachen. Ach, das Essen... Wir haben jetzt einen Matsch... Aha, soll ich Sachen reingezogen? Das müssen wir nicht... Ah doch, das muss ich zum Beispiel nicht. Das funktioniert so nicht, Bruder. Gut. Da hat er Steine rein, da ist... Du mal ab und die Loschel, du mal rein. Amatillo-Schel, du da rein. Ja, du schaust. Du Fakt. So, jetzt muss ich wieder schauen, wo der... Wo der Ara hingefallen ist. Ah, da ist er. Da ist er. Aber ich habe doch noch einen erwischt. Oh mein Gott. Der zweite, der hintere Ara geht immer verloren, wenn der ins Wasser... Verstehe ich das nicht. Ich taback's nimmer. Fuck, Alter. So, warte, da ist einer on land. Der ist fiese, Bruder. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gerade ein Krokodil umgebracht. Lol, nice. So out of nowhere. Ich habe gerade... Ja, du hast kurz stehen und dann... Dann habe ich den Krokodil umgebracht. Ja. Das war auch so komplett random, Alter. Ich finde es geil, dass ich das gerade aufgenommen habe. Es war wirklich so random. Ich ziele gerade auf den Papagei. Auf einmal höre ich von der Seite so ein komisches Geräusch. Ist das scheiß Krokodil direkt neben mir gespawnt. Wirklich? Ja. Das ist einfach... Aber jetzt kann ich einen schwarzen Kaiman sammeln, Alter. Let's go. Gotta catch him all. Also so heißt das Ding. Gotta catch him all. Aber der droppt einiges an Fleisch. Ja, perfekt. Weil ich mache gerade Feuer. Und ich habe gerade einen neuen Funkspruch freigeschaltet. Mir ist vielleicht ein Kaiman begegnet. Ich finde es so geil. Wir sind so komplett am... Ständig barely tot. Und dann so komplett casual am Funkgerät. Ich habe gesagt, ich habe dich nicht zufrieden. Ich habe gesagt, ich habe dich nicht zufrieden. Ich habe gesagt, ich habe dich nicht zufrieden. Ich habe gesagt, ich habe noch ein bisschen Husten von Weihnachten. Die Story ist irgendwie schlechter als bei Forrest, oder? Ah, ich kann das irgendwie nicht bluten. Ich meine, es ist mehr Story so. In der Hinsicht. Forrest hast du einfach entdeckt aus Kroo. Ja, über den Hafen. Ich fand ein Boot. Was ist das Boot? Ja, der Dialog sagt das, keine Ahnung. Achso, ja, das ist das Boot bei uns, was komplett im Arsch ist. Ich weiß noch, als ich bei Forrest das Boot gefunden habe, ich war so gehypt. Auf einmal, das Boot war geil, Leute, und da war so viel Shit drinnen auch. Ja, ja. Damn. So, wo ist denn da jetzt der Papagei, hab ich den jetzt überhaupt gekriegt? What? Dann gehen wir mal, da bin ich durch die Botanik. Also ich habe jetzt einiges an Flash. Das ist gut. Das werde ich jetzt hier mal mir einverleiben. Beziehungsweise, ich bring sie mit zur Base. Was ist denn das für Fiech, Bruder? Was? Was? Alter, dieses Spiel ist so verpackt, man kann... Alter. Oh mein Gott. Man kann Frösche nicht abschießen. Ich habe es vorher geschafft. Ja, ich war drauf, oder? Betrug? Ich habe vorher daneben geschossen. Oh mein Gott. Der Frosch hat einfach... Oh mein Gott, Alter, dieses Spiel... So, wo ist denn jetzt das Scheiß? Oh, oder? Nein, warte. Ah, Scheiße, das vergiftet ja, wenn man den Frosch nimmt. Ja, da musst du aufpassen. Fuck, wo ist denn der Scheiß? Was? Weg. Ich komme einfach einmal mit dem ganzen Fleisch zurück, oder? Vielleicht kriegst du sonst wieder Anxiety, dass mich irgendwas angreift. Sammeln. Sammeln. Ah, der Fuck, ich glaube, ich bin immer noch vergiftet, oder was? Du siehst, unten siehst du das als Statusnachricht. Ja eben, ich bin immer noch vergiftet, was kann ich denn machen? Fuck. Ich muss irgendwie zur Basis, falls ich sterben sollte, dass du meinen Loot kriegst. Das ist ja noch nicht so schlecht. Aber renne ich überhaupt in die richtige... Ja. Ich entscheide in die richtige Richtung. Das kann ich jetzt sehen. Passt schon. Passt schon. Ja, ich verliere irgendwie sauviel Health. Ich seh dich. Das geht mir auf den Sack. Das geht mir auf den Sack. Dann tu einfach jetzt alles in die Box und schon was passiert. Hast du irgendwelche Healing Items? Was bist du vergiftet? Ich hab einen kleinen Totenkopf und Fieber und noch alle möglichen anderen Sachen. Scheiße. Ich hab einen Pfeilgiftforsch aufgehoben. Ja, das solltest du nicht machen. Du bist schon mal so gestorben. Ich weiß. Kann ich meinen Bogen da reintun in die Box? Nein. Nein, das liegt einfach auf dem Boden. Einmal drop. Einmal drop, mein Shit. Ich stell dir vor, du spielst nicht im Korb. Ach so. Das ganze Fleisch und so. Stell dir vor, du spielst nicht im Korb. Wenn du alleine spielst, dann verlierst du alle Items. Nein, du kannst es wieder aufbinden. Ich bin drei Meter weg. Du kannst mich wieder belämen. Ich bin drei Meter weg. Ja. Ja. Mach's. 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 Oh mein Gott. Das ist ein Drink aus der Kokosnuss nehmen oder wie? Ah, das ist diese Pflanze mit den ... His last drink was out of a coconut. Nein, warte. Ich hab das. Das ist direkt da. Wir können nicht hätten. Adios motherfuckers! Wir können nicht. Nein. Wir haben es gerade bekommen. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder insane. Ich hab 13 Mal erbrochen. Also, es ist Lifetime, also, oder? Oder pro Tod. Wie oft man erbrochen hat. Ist es Lifetime erbrochen oder pro Tod? Weiß ich nicht. Ich brich nicht so oft. Ich abbrich nicht ständig. Nee, dein Ding ist 2, 2, 2, 3. Stefan, du bockst einfach ein Arabisch. Alter, ich hab so... Alter, mein gekochtes Ei. Der holiest of holies. The holy egg. The holy egg has taught us what to do. It guides our every action. Oh mein Gott, das Spiel ist manchmal echt anstrengend. Du darfst doch nicht Pfeilgiftfrösche auffüllen. Ich will einfach die Dinger looten. Du verstehst es nicht. Du hast so schlecht gestorben in der Welt in der Welt das früher. Fuck. Leck die Pfeilgiftfrösche ab, bist tot. Alter. Weißt du, was auch verstörend gewesen sein muss? Stell dir vor, du musst einfach mit einfachen Speeren gegen eine Hyänenhorde kämpfen. Wie krank muss das gewesen sein? Stell dir das mal vor. Das ist ein bisschen nervig. Stell dir das mal vor. Weil die essen dich alive. Das weiß ich von Joe Rohn. Die Hyänen, die essen dich alive. Also die bringen dich nicht einfach sofort um, sondern die essen dich lebend. Also die wissen, dass du lebst und die machen das absichtlich. Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich aber sie fangen einfach an, Fleischstücke rauszureißen und bringen nicht das Tier vorher um, sondern fangen einfach an zu essen. Crazy shit. Crazy shit. So. Ich versuche der Capybara zu jagen. Dann ist es abkauen mit meinem Speer. That's a problem. So, aber warte, wo ist denn jetzt mein ganzes Fleisch und ich habe ja noch mehr Zeug gehabt. Wo ist denn das jetzt hin? Ich bin mir sicher, dass manche Sachen die spawnen. Alter, hör auf! Ich finde ich, dass meine Sachen die spawnen. Also auf der Kiste legen Sachen. Was denn? Mein fucking Kaimannfleisch. Ich will es braten! Ich will es... Ich will es... Ich will es... Ich will es... Ich weiß nicht. Ich spieße überfache. Ah, mein Bogen ist ja alles noch da. Let's go! Let's go. Let's fucking go! Also ich muss mich jetzt dann hinlegen, weil... der schon hin... Lagerkäste. Hatte ich nicht vier Kaimannfleisch? Jetzt habe ich Nummer drei. Ja, ich habe... Ich habe schon eins gesnackt. Ach so! Ja, dann ist ja gut. Ich habe schon gedacht, ich kriege so Kaimannfleisch irgendwie. Schizophrenia, dass ich irgendwie denke, ich habe immer mehr Fleisch sie wirklich ab. So! Dann haue ich einmal aufs Feuer den Schwung, oder? Hau mal das einmal. Alter, wieso habe ich noch einmal einen Pfeil? Ich hatte so viele Pfeile. What the fuck! Das ist ja nicht zu scherzumachen. Vor allem, ich horte ja Federn. Ich habe 40 Federn im Eventar. Ich tue was davon in die Kiste. Wie viele Federn hast du im Eventar? Im Eventar wäre es gespürt. Fünf. Cringe. Das ist keine Quenchen. So! Ich muss mich schlafen legen, stimmt da? Mhm. Ich werde jetzt aber einfach nur hier nochmal... Na? Ich weiß noch was, so geht es nicht. Ja. Gut. Gut.